Starker Bremsen, hier geht's rein nach Medewade. Hier ist Medewade 2011. Wir sind in Pusai von Konyolaman, hier ist ein Kilo-Tip. Wir sind in Pusai von Konyolaman, hier ist ein Kilo-Tip. Gelbe Häuser, hier geht's. Guck mal hier, so kleine Grundstücke, 600 Quadratmeter bis 1250. 1250 geht ja noch, aber 600, da kann man ja höchstens eine runde Hütte draufstehen. Wir fahren links rum. Die Aussai. Feuerwehrhaus. Hürn-Kong-Gong-Morpfein. Das ist hier die alte Dorfstraße. Hier wohnt ein ganz deutscher Bonny Konyolaman Täter Juassai. Oder wegen der Fußball-Weltmeisterschaft. Die Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft. Hier ist Medewade. Eine Frau mit zwei Hunden. Und noch eine. Das ist Medewade. In Pusao Songkon, Gön Lin Nam Ma Kün Kwa Wai, Sok Di